Nachdenkseiten Die kritische Website Kulturpropaganda und Preisverleihungen Von Tobias Riegel Journalist des Jahres Cinema for Peace Grammys In den letzten Tagen häuften sich Veranstaltungen der Meinungsmache durch Kultur, Die für sich bedeutungslosen Ereignisse verschmelzen zur wirkungsvollen Erzählung vom Guten Westen. Auch die hochverdiente Berlinale bleibt nicht ganz unberührt. Zentrales Element der Selbstversicherung von Redakteuren großer deutscher Medien sind Medienpreise. Dass diese Ehrungen ganz überwiegend keine Publikumspreise sind, sondern von Journalisten an Journalisten übergeben werden, ist der Realität geschuldet. In der gegenwärtigen medienkritischen Atmosphäre würde sich wohl kaum ein Alpha-Journalist dem Risiko einer öffentlichen Abstrafung durch die erboste Leserschaft aussetzen. Zu diesen internen und von der eigenen Kundschaft abgeschirmten Medienritualen zählt auch der Titel Journalist des Jahres, den das Branchenblatt Medium Magazin alljährlich und so auch am Montag verliehen hat. Journalisten ehren Journalisten Mit freundlicher Unterstützung der Daimler AG Die Jury besteht laut Medium Magazin aus rund 100 Personen, fast alle aus dem Dunstkreis der großen Medien, darunter Leiter journalistischer Ausbildungsstätten, professionelle Medienbeobachter und Journalisten. Möglich gemacht wird der Preis unter anderem mit freundlicher Unterstützung der Konzerne Daimler AG, Otto Group und Total. Überraschungen sind bei diesen Voraussetzungen nicht zu erwarten. Die Ausgezeichneten der letzten Jahre entstammen, wie die Jurymitglieder, ganz überwiegend dem Kreis der Mainstream-Journalisten großer deutscher Medien. Alternative Medien scheinen in der Wahrnehmung der Jury nicht vorzukommen. Im Gegenteil. So sehr die kritischen Medien ignoriert werden, so hemmungslos werden fragwürdige Produkte aufgewertet, etwa das Online-Medium BuzzFeed. Das sei laut Medium Magazin längst kein Click-Bail-Portal mehr, sondern es gelange ihm, bravourös gesellschaftlich höchstrelevante Storys zu platzieren. Wirtschaft wird entschärft sportideologisch aufgeladen. Da ist es passend, dass im Bereich Wirtschaft nicht etwa Analysen zur gesellschaftlichen Ungleichheit, zu Vergehen der Finanzbranche oder zu anderen Verwerfungen der liberalen Wirtschaftsordnung ausgezeichnet werden. Stattdessen erklärte die Jury Spiegel-Recherchen zu den Football Leagues zum relevantesten ökonomischen Thema des letzten Jahres. Und während die Wirtschaft in dieser Form durch ein leichtes Thema medial entschärft wird, kann der Sport über das Thema Doping mit Politik aufgeladen werden. Das Medium Magazin rechnete dem unermüdlichen und unerschrockenen ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt hoch an, dass viele russische Sportler von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurden. Dass Russland ihm für die WM das Visum verweigert hat, spricht für sich. Sonja Mickig, die für ihr Lebenswerk geehrt wurde, sollte nicht mit Personen wie Seppelt in einen Topf geworfen werden. Doch genau das passiert, indem sich die beiden höchst unterschiedlichen Journalisten die Bühne des Medium Magazins und seiner Sponsoren teilen. Und auch Mickig hat etwa mit einem TV-Auftritt zur Rentenpolitik bereits fragwürdige Meinungsmache betrieben, wie Albrecht Müller beschreibt. Mickigs grenzwertige Ansichten zur Pressefreiheit im Internet hat Jens Berger thematisiert. Beides verlinkt innerhalb des Artikels. Ehrungen für Propaganda Den Hauptpreis erhielt Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Es hätte schlimmer kommen können. So sind die diesjährigen Entscheidungen zwar fragwürdig, aber immer noch nachvollziehbarer als etwa die letztjährige Auszeichnung für das Team Paradise Papers, der hochtrabend Rechercheverbund genannten Kooperation von SZ, WDR, NDR, wie RT schreibt. Zitat SZ, WDR, NDR haben die Paradise Papers zu Steueroasen untersucht und es fertiggebracht, daraus eine Propagandaattacke gegen Wladimir Putin zu stricken, obwohl dessen Name in den Papieren kein einziges Mal auftaucht. Gleichzeitig haben sie ihre Quellen nicht zugänglich gemacht und sich so in altmodischer und potenziell manipulativer Weise zu den Torwächtern und Verwaltern der Daten aufgespielt. Medium Magazin sagt zu dieser rückwärtsgewandten Praxis dennoch Aufklärung wie diese ist die Basis von Journalismus, ihr gehört die Zukunft. Zitat Ende Cinema for Peace Hitler, die Atombombe, der Klimawandel Eine Veranstaltung, die sich ähnlich abgeschottet um sich selber dreht, ist die Charity-Gala Cinema for Peace. Strategisch parallel zum Filmfestival Berlinale platziert, feiert sich hier jährlich der Geist westlich-moralischer Überlegenheit. So auch am Montagabend. Bei den Galas wurden seit 2001 in hochtrabenden und emotionalen Appellen jene von der westlichen Presse markierten Autokraten und Machthaber wie Janukowitsch, Assad oder Putin attackiert. Irritierend und neu ist, dass mit Donald Trump nun auch ein US-Präsident potenzielles Ziel dieser Angriffe ist. Und dass am Montagabend mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder eine Person anwesend war, die von den Gastgebern bislang mutmaßlich als russischer Agent klassifiziert wurde. Dreht sich auch hier ein Wind? Schließlich waren die kritischen Blicke der Gala bislang konsequent nach Osten gerichtet, wie etwa ein Bericht des Neuen Deutschland von 2014 zeigt. Pussy Riot waren da, haben aber keine Autogramme gegeben. Eine Femenfrau protestierte, doch wogegen eigentlich? Juma Formeln ersteigerte ein Essen mit, na klar, Michael Gorbatschow und Hans-Dietrich Genscher. Und Graf Dracula im Ruhestand Sir Christopher Lee nahm laut übereinstimmender Berichterstattung kein Blatt vor den Mund. Lee bezog sich dabei auf Syrien und verlas einen zielgenau auf das Tränenzentrum gerichteten Brief einer 17-Jährigen. Fühlt ihr nicht unseren Schmerz? Zitat Ende Der Gipfel der Heuchelei und der Geschmacklosigkeit wurde jedoch vorerst 2016 erreicht, als sich die versammelten Prominenten in goldenen Foliendecken aus der Seenotrettung hüllten, um Solidarität mit Flüchtlingen zu zeigen. Das fand selbst die Bild-Zeitung abstoßend und der Stern ätzte, Zitat Der gute Wille, sie tun immerhin was, wird weiter strapaziert, wenn auf der großen Leinwand im Festsaal Videoclips laufen, die sich mit »Das Böse in der Welt in drei Minuten« beschreiben lassen. Srebrenica, Hitler, die Atombombe, der Klimawandel, Zensur verhacktstückt in apart anzusehenden Sound und Sidebites, die ganz formidabel zur Vorspeise passen. Zitat Ende Cinema for Peace – Der neue Standard von Idioten Immerhin wird der scheidende Berlinale-Chef Dieter Kostlik nicht müde, sich und sein Filmfestival vom Cinema for Peace abzugrenzen. Das Foto mit den Notdecken sei die obszönste Geschichte, die ich seit meinem Amtsantritt hier erlebt habe. Er fährt laut Medien fort, Zitat Also wenn das durchgeht, ohne dass es einen Kommentar in der Öffentlichkeit gibt, dann ist Cinema for Peace der neue Standard von Idioten, die sich auf Kosten von Flüchtlingen mit den geschmacklosesten Dingen bereichern, die man mit armen Menschen machen kann. Zitat Ende Berlinale – Gegründet für Kulturpropaganda Das Filmfestival Berlinale ist im Vergleich zum Cinema for Peace eine komplexe und teils hochverdiente Institution. Allerdings war auch die Berlinale nie frei von Bestrebungen der pro-westlichen Propaganda. Das war sogar Teil der offiziellen Gründungsmotivation, wie der Spiegel erinnert. Zitat Ein Filmfestival der Propaganda, Stars und Skandale. Die internationalen Filmfestspiele Berlin waren ein Produkt des Kalten Krieges. Die US-Militärverwaltung wollte West-Berlin, das die sowjetische Blockade überlebt hatte, einen Hauch von Glamour verleihen. Zitat Ende Und auch in diesem Jahr gibt es im Berlinale Wettbewerb mindestens einen mutmaßlich grenzwertigen Film, der nicht eindeutig geklärte historische Fakten in eine allzu eindeutige antikommunistische Erzählung umwandeln müsste. Mr. Jones über die Hungersnot in der Sowjetunion der 1930er Jahre. Für viele Medien ist aber klar, der Film erzählt endlich die Wahrheit, wie etwa RBB schreibt. Die Wahrheit muss ans Licht Der Sender schließt sich der Deutung des Films an. Doch Jones weiß, was er gesehen hat und will, dass die Welt es weiß, dass Stalin systematisch Menschen ermordet und verhungern lässt. Keineswegs sollen hier die Hungerkatastrophe oder Stalin verharmlost werden. Ursprung, Verlauf und vor allem der Vorsatz und die Systematik der Tragödie sind jedoch nicht in der suggerierten Eindeutigkeit geklärt. George Clooney und der Diktator in Kiew Die Berlinale soll, wie gesagt, nicht mit Journalist des Jahres oder Cinema for Peace in einen Topf geworfen werden. Aber gerade der gute und politisch engagierte Ruf des Festivals verdeckt die Defizite, die auch auf Seiten der Berlinale existieren. Zum Beispiel, wenn dort fragwürdige Prominente eine kritiklose Bühne erhalten, wie das neue Deutschland kurz vor dem Putsch in der Ukraine beschrieben hat. Zitat Zitat Ende Zitat Ende Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte